Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Neo Unleashed Prestige. Nach diversen Battle-Turnieren und einer EP ist es nun an der Zeit für sein erstes Solo-Album. Prestige kommt mit 15 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über das Label Ultimate Berlin und erscheint als CD und auch als Box. Reda Ruena, der T-Charist. Der 22-jährige Marokkaner aus Offenbach bringt sein Debüt-Album. Der T-Charist beinhaltet 22 Tracks. Features kommen unter anderem von Celo und Abdi, Hannibal, Nemo und Jigsaw. Das Album wird über 069-Clicker veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.